Herzlich Willkommen zu einem neuen Studium der Heiligen Schrift aus dem Buch der Sprüche. Wir haben die ersten drei Kapitel, ich sage jetzt mal oberflächlich überflogen, haben ein wenig hineingeschaut in das Ziel, was der Salomo hatte, als er die Sprüche schrieb. Und wir können nachvollziehen, dass er sie nicht schrieb, einfach damit sie gelesen werden, sondern vor allen Dingen, damit sie in die Tat umgesetzt werden. Man hört sich das ganze Konzept an, man sieht und findet so einen großen Überblick über die Sprüche. Und eines der Dinge, die in den Sprüchen so deutlich hervorkommt, vielleicht wie nirgendwo, ist dieses Wort, mein Kind, höre auf meine Worte. Und so heißt auch unser Titel der Betrachtung heute, vom Hören zum Handeln. Wenn in den Sprüchen oder in der Heiligen Schrift das Wort Hören genannt wird, meint es nicht nur das Wahrnehmen, sondern mit Hören ist auch das Befolgen gemeint. Weil es ist erstaunlich, wie das zusammenpasst mit dem letzten Buch der Bibel. In dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da schreibt durch den Johannes Christus seinen sieben Gemeinden jeweils einen Brief. Und er endet in diesem ganzen, jeden Brief mit derselben Endung. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Immer dieselbe Redewendung. Damit ist nicht Hören gemeint, als Hören, aha, ich nehme es wahr, sondern Gehorche. Gib Acht und nimm es dir zu Herzen. Hörer und Gehorche. So, das Hören sollte im Handeln enden. Sonst ist das Hören allein ein Verderben, eine Selbstzerstörung. In der Bergpredigt haben wir in der Betrachtung am Ende sagt Jesus einen Segen für alle, die hören und tun. Und er sagt einen Fluch, das heißt das Verderben voraus für einen jeden, der nur hört, aber nicht tut. So, alles, was uns klar wird, ist, wir müssen in der Lage sein, wenn wir etwas hören, es auch tun. Wenn ich die ersten Verse lese vom Kapitel 4, dann kommt das sehr deutlich zum Tragen. Denn die Elberfelder übersetzt dort, die Schlacht übersetzt dort, jetzt sofort hören und nicht nur, oder sagt sogar tun. Ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisset. Denn ich habe euch eine gute Lehre gegeben, verlasst meine Weisung nicht. Denn ich, da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis, vergisse nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Verlass du sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe du sie, so wirst sie dich behüten. Der Anfang der Weisheit ist Erwirb Weisheit und um allen deinen Erwerb, Erwirb Verstand. Halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen. Sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst. Sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen, eine prächtige Krone wird sie dir reichen. Höre, mein Sohn, nimm meine Worte an. Sie werden dir die Lebensjahre verlängern. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren, dich leiten auf gerader Bahn. So, der erste Gedanke, den ich möchte, dass wir ihn begreifen, ist, der Mensch ist so gebaut. Der Geist des Menschen ist so gemacht. Er muss sich an etwas festhalten. Er muss von irgendwo seine Information nehmen und holen. Er ist nicht in der Lage, aus sich selbst heraus eine Information zu schaffen. Das heißt, um weise zu sein, um die Dinge richtig umsetzen zu können, braucht der Mensch eine Informationsquelle. Er braucht eine Information, an die er sich halten kann. Er kann aus sich selbst nichts kreieren, nichts schaffen. Deshalb ist die Erziehung so entscheidend und so wichtig. Ja, das Kind wird geboren und es hat, wie wir alle wissen, das böse Auge in sich, das in die falsche Richtung lenkt. Aber da die Gnade Gottes schon da ist, auch wenn das Kind geboren ist, so können die Eltern, der Vater hier, dem Kinder das Gute beibringen. Man muss einem Kinder etwas beibringen. Das Beibringen kommt von außen. Und ihr werdet sehen, wir haben immer dieselbe Situation, in der wir uns befinden. In den Sprüchen. Es gibt immer nur zwei Wege. Es gibt immer nur zwei Sachen. Es gibt die Weisheit und die Torheit. Es gibt keinen Mittelweg. Es geht nicht, dass du auf die Weisheit hörst und ein Tor bleibst. Es geht nicht, dass du auf die Torheit oder um die Torheit zu tun, musst du dich ja nicht einmal, ich sage jetzt mal, groß informieren. Du kannst einfach in die falsche Richtung laufen, ohne wirklich zu überlegen. Sorglos dahin leben. Was reicht schon? Um in dem Tode oder in dem Ort zu landen, wo du nicht hin willst. So, der Mensch braucht eine Quelle, woher er sich füttert. Er kann aus sich selbst nichts tun. Ich schreibe das vielleicht auf. So, wenn das ich bin, so ist mein Geist nicht fähig aus sich heraus etwas, zu schaffen. Er kann Dinge kombinieren, aber er kann nie sie selber tun. Aus sich heraus tun. So haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben auf der einen Seite die Wahrheit als Quelle, nach der wir uns orientieren, oder die Lüge, an der wir uns orientieren. Die sind außerhalb von uns. Die müssen von unserem Geist sich angeeignet werden. Entweder informiert er sich von der Lüge oder von der Wahrheit. Der Geist selbst ist für sich selbst keine Informationsquelle. Deshalb braucht ein Kind Unterweisung. Deshalb muss man und kann man jemanden lehren. Weil hätte der Mensch in sich selbst den Anker, hätte er in sich selbst die Quelle für seine Information, dann würde er ja alles aus sich selber tun können. Aber das ist ihm nicht möglich. Er ist ein Geschöpf. Er kann, außer dass er etwas in sich hinein holt, nicht handeln. Er holt es, bearbeitet es und tut es oder tut es dann nicht. Je nachdem, wie er mit der Information selber umgeht. Der Geist selbst muss sich überzeugen. Deshalb ist auch der Lehrer, der ihm die Sachen beibringt. Deshalb ist auch der Lehrer. Er kann nur aufmuntern. Er kann nur sagen, höre und tue es. Der Lehrer kann es nicht tun. Für das Kind oder für den, den man lehren will. Das Handeln ist immer die Sache des Menschen. Der Mensch muss handeln und der Mensch muss aufnehmen. Vom Lehrer, von der Wahrheit. Der Geist muss es sich selber holen. So, das wissen wir. Und das habe ich genug versucht zu erklären. Jetzt schauen wir uns ein wenig praktisch an, wie das aussieht. Ich liebe die Luther-Übersetzung. Deshalb möchte ich noch mal kurz einen Satz, ein Wort aus der Luther-Bibel lesen, die uns dasselbe hier beschreibt. Und wenn man halt mit einer gewissen Sprache aufwächst, dann bleibt die einem immer irgendwo näher dran. Ich lese noch mal Kapitel 4 am Anfang. Hört, meine Kinder, die Zucht eures Vaters. Merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Denn ich gebe euch eine gute Lehre. Verlasset mein Gesetz nicht. Denn ich war meines Vaters Sohn, ein Zarter und ein Einiger vor meiner Mutter. Und er lehrte mich und sprach, lass dein Herz meine Worte aufnehmen. Halte meine Gebote, so wirst du leben. Aus dieser Beschreibung, das Zarte oder die Muster Salomo, als ihn sein Vater lehrte, sehr jung gewesen sein. Und so wäre es entscheidend, dass die Väter und Mütter, weil die Mutter wird ja hier genauso genannt wie der Vater. Wir haben gesehen davor im ersten Kapitel, wo er sagt, Vers 8, mein Kind gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. So, das ist da und die Mutter kommt auch häufiger vor in den Sprüchen. Wie sonst wo. So, aber es ist schon interessant, dass die Gebote, das Schreiben des Gesetzes ins Herz eine Aufgabe des Vaters ist. Wie viele Väter nehmen sich die Zeit, um in die Herzen ihrer Kinder Grundsätze einzubauen, wenn sie ganz zart sind, und sie ihnen beizubringen, damit das Kind dann, in dem es heranwächst und diese Grundsätze ausübt, wenn es dann groß ist, einen Schatz von, ich sag jetzt mal, von Information hat, nach denen es sich richten kann, nach denen es gehen kann. Wie viele Väter haben die Zeit und nehmen ihr Kind, nicht nur um zu spielen, das können Väter gut. Nicht um ihnen, mit ihnen rumzutoben, das hat seinen Platz sicherlich, aber um ihnen Gesetze beizubringen. Zucht, höre, höre, was ich dir beibringe. Wir verdammen manchmal die Alten, weil sie es zu grob gemacht haben, aber sie haben es zumindestens gemacht. Heute ist der Trend zur Richtungslosigkeit. Das Kind kann sich aussuchen, was es tun darf und nicht. Man sieht kaum noch einen Vater, der sich so viel Mühe gibt. Und da muss ja der König David hier sich Mühe gegeben haben, um seinem Sohn Salomo Dinge beizubringen, aus in einem ganz, ganz zarten Alter. So, Eltern haben eine Aufgabe. Das Kind wird das sein, was es von außen aufnimmt. Die Informationen, die Gesetze, die ihm beigebracht werden, nach denen wird es sich richten. Und das entscheiden die Eltern, die sich die Zeit nehmen, die alles andere sekundär zu dieser Aufgabe halten, außer, dass sie ihren Kindern das beibringen. Oh, wenn wir wüssten, wie wichtig es ist, in der Saatzeit den Kindern die Grundsätze beizubringen. Dann müssten wir, dann müssten keine Eltern nachlaufen ein Leben lang den Kindern unglücklich sein, weil sie die einfachsten Dinge, die einfachsten Grundsätze der Selbstbeherrschung nie gelernt haben und nicht gelernt wurden. Wie soll ein Kind Selbstbeherrschung lernen, wenn der Vater sie nicht hat oder die Mutter sie nicht hat? Wie soll man einem Kind Grundsätze beibringen, wie es hier stehen, mit der Weisheit? Wie soll man das tun, wenn man sie selber nicht hat? Wenn man vielleicht selber aus einer Familie kommt, wo man es nicht gelehrt wurde? Es ist möglich, wenn wir als Erwachsene erkennen, unsere Not und zu Gott gehen und in Bitten, dass wir eine Änderung erfahren, unser Leben richten nach einem Gesetz, das uns befreit, wie wir im Jakobus gesehen haben, nach dem Gesetz der Freiheit. So, die Warnungen, die wir gelesen haben oder die wir weiterlesen in den Sprüchen 3, in den Sprüchen 4 und weiter steht, ganz klar, dass es darum geht, ihr habt Vers 14, Komm nicht auf der gottlosen Pfad und tritt nicht auf den Weg der Bösen. Lasse ihn fahren und gehe nicht drinnen, weiche von ihm und gehe vorüber. Denn sie schlafen nicht, sie haben den Übel getan und sie ruhen nicht, sie haben den Schaden getan, denn sie nähren sich von gottlosem Brot und trinken vom Wein des Frefels. So ihr seht, sie haben einen Lehrer, auch die Gottlosen, auch die den falschen Weg gehen. Sie haben hier, sie essen ein Brot, das heißt, sie haben eine geistige Nahrung, von der sie sich füttern und es ist der Wein des Frefels und das Brot der Gottlosen. Das heißt, sie gehen nicht zu dem wahren Lehrer, sie gehen nicht zu der wahren Quelle, sie gehen zu der falschen Quelle. Die Quelle aller Wahrheit ist Gott. Deshalb macht es auch großen Sinn, dass Gott immer im Zentrum der Gespräche ist. Ich habe mir die Sprüche jetzt angehört, weil ich nicht die Zeit hatte, sie durchzulesen, im Auto während der Fahrt und auch sonst, wenn ich gegessen habe und ich musste nach diesem Erlebnis des Zuhörens, musste ich feststellen, der Salomo ist gottzentriert. Der Salomo hat keine Weisheit, außer die Weisheit, die von Gott kommt. Die Sprüche, die er schreibt, sind so gottzentrisch, wie es nur gottzentrisch geht. Und das ist faszinierend. Die ganze Quelle der Weisheit ist Gott. Und er macht das so deutlich und er zeigt, dass der Gottlose sich füttert außerhalb von Gott. Die Lüge kommt von Satan, können wir sagen. Aber der hat ja einen Haufen Menschen, die er engagiert hat, die er verführt hat, dass sie die Welt in Verführung bringen. Und das mögen große Namen sein, vor denen sich die Menschheit beugt in der Wissenschaft. Und sie sind dennoch nicht weise, weil sie führen nicht zu Gott hin, sie führen von Gott weg. Ihr habt gegessen das Brot der Gottlosen und getrunken den Wein des Frefers. Ihr habt ignoriert. Ihr seid nicht gottesfürchtig. Ihr habt die Quelle der Wahrheit auf die Seite gelegt und ernährt euch von Menschen, von einer Information, die euch nicht weise machen kann. Ihr seid es nicht, die ihr von der Weisheit lebt. Lesen wir weiter. Aber der gerechten Pfad glänzt wie das Licht, das immer heller leuchtet, bis auf den vollen Tag. Der gottlosen Weg aber ist wie dunkel und wisse nicht, wo sie fallen werden. So ist ganz deutlich, es gibt diese zwei Pfade, es gibt diese zwei Wege, die Jesus auch beschreibt in der Bergbrille, der breite Weg und der schmale Weg. Der eine führt ins Licht und wird immer heller und der andere führt in die Finsternis und es wird immer finsterer und man weiß nicht, woran man sich stößt und fällt. So der Aufruf ist, dass wir hören. Mein Sohn, merke auf meine Worte und neige dein Ohr zu meiner Rede. Lass sie nicht von deinen Augen fahren, behalte sie in deinem Herzen, denn sind das Leben denen, die sie finden und gesund ihrem ganzen Leibe. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Tue von dir den verkehrten Mund und lass das Lästermaul ferne von dir sein. Lass deine Augen strax vor sich sehen und deine Augenlider richtig vor dir hin blicken. Lass deinen Fuß gleich vor sich gehen, so gehst du gewiss, wanke weder zu rechten noch zu linken, wende deinen Fuß vom Bösen. Es gibt nur einen Weg und es so schön, dass wir auch hier wieder erkennen können, dass der Salomo ein ganzheitlicher Denker ist, er hat die Dinge gut und schön begriffen, dass er sagt, die Worte der Weisheit bringen leibliche Gesundheit. Und ich möchte das aufschreiben, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Die Wahrheit, die von Gott kommt, führt zur Weisheit und das führt zur körperlichen Gesundheit. Da uns Christus als das größte Beispiel eines gehorsamen Menschen, der sich allein vom Vater fütterte, gegeben ist, ist es auch selbstverständlich, dass er nie krank wurde. Er hat nie ein Husten gehabt, er hat nie Kopfschmerzen gehabt, er hat nie Muskelschmerzen gehabt, im Sinne dessen, die von einer Stresssituation kamen. Alles, was er hatte, war, wenn er körperlich müde würde, das ist aber keine Unweisheit, das ist etwas Normales für den Menschen, er hat keine körperlichen Gebrechen gehabt. Er war das Lamm, das perfekt sein musste am Körper, weil an dem konnte man ja das Innere feststellen. So muss es dazu führen, wenn ein Kind von Gott lernt, wenn die Eltern dem Kind die Grundsätze des Lebens beibringen und ich meine hier nicht nur essen und trinken. Ja, das ist wichtig, wir müssen unseren Appetit kontrollieren, aber wir werden sehen, es gibt andere Grundsätze, die tiefer liegen, als nur die körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Es geht um die geistigen Bedürfnisse und diese kann man nicht befriedigen von einer Quelle, die das nicht hat. Und würden wir die Weisheit begreifen, dann muss das auch zur körperlichen Gesundheit führen. Das führt zu einem Lebenswandel im Herzen, in den Gedanken des Menschen, dass seinem Körper gesund ist. Ich hoffe, dass uns das nie mehr, wenn wir alles vergessen sollten, so lasst uns das nicht vergessen. Die Gesundheit unseres Körpers ist abhängig von der Weisheit, die wir von Gott lernen. Ist abhängig von dem Beachten, von der Kontrollfähigkeit unserer Gedanken. Sie ist abhängig, so wie wir gelesen haben, von der Furcht des Herrn, vom Vermeiden des Bösen. Und Jesus hat das vollkommen gemacht. Er hat gesagt, ich komme und ich tue deinen Willen gern. Das Gesetz ist geschrieben in sein Herz. Genauso hier, wie es der Salomo beschreibt, wie sein Vater versucht hat, ihn in seinem Herzen die Wahrheit, die Weisheit und wir alle wissen, dass die Weisheit oder die Wahrheit ist das Gesetz. Das Gesetz ist die Wahrheit. Darin können wir, an dem können wir uns festhalten, an dem und danach können wir uns orientieren. der Gegensatz davon ist, sich zu halten an das, was Gott gesagt hat, aber vor allen Dingen das Böse zu meiden. Und hier sind einige praktische Hinweise gegeben, die ich möchte, dass wir sie nicht wegtun. Behüte dein Herz. das heißt, sei vorsichtig auf was du hörst. Sei vorsichtig an was du dich bindest, weil das, woran du dich bindest, daraus geht dein Leben. Bindest du dich an Gott, so wird es dir gut gehen. Da wirst du die Fähigkeit haben, dein Leben zu kontrollieren. Bindest du dich aber an etwas, was falsch ist, dann wird es dir schlecht gehen. Tue von dir den verkehrten Mund. Das ist eine große Aufforderung, darüber man viel sprechen kann. Wir haben es in unserem Studium des Jakobusbriefes gesehen, dass der Mund nicht beherrschbar ist, dass die Zunge verkehrt ist. Eine Welt voll Ungerechtigkeit, die einen ganzen Wald anzündet, wenn sie von der Hölle angezündet ist, wenn sie von der Lüge geprägt ist. Und hier steht es ganz klar, tue von dir den verkehrten Mund. Wir kommen auf die Welt und wir haben einen verkehrten Mund und wir müssen diesen verkehrten Mund wegtun. Wir müssen wegtun das, was falsch ist in uns. Das, was nicht wahr ist und von Gott kommt. Lass das Läster mal ferne von dir sein. Wisst ihr, wie häufig, oder gibst du die Rechenschaft, wie häufig du lästerst? Wie häufig man Worte sagt, die lästerlich sind, die richterlich sind, die das, wenn Gott die am Abend zeigen würde, wie häufig wir einen verkehrten Mund hatten über den Tag und ein lästermaul, dann würden wir vor Scham irgendwo verschwinden. Und Gott kann es uns darstellen, Stück für Stück den verkehrten Mund abzutun und das lästermaul ferne von dir zu sein, ist eine Aufgabe, die ich tun muss und die Furcht des Herrn ist es, die mir dabei hilft. Ich muss wissen, dass das lästermaul und der verkehrte Mund mich ins Verderben bringt. Deshalb sollte ich es wegtun. Behüte dein Herz. Das heißt, aus deinem Herzen kommt ja dein Wort heraus, deine Zunge. Behüte es, der verkehrte Mund muss weggetan werden, das lästermaul muss umgetauscht werden für ein anderes. Lass deine Augen strax vor sich sehen und deine Augen lieder richtig vor dir hin blicken. Lass deinen Fuß gleiten, gleich vor sich gehen, so gehst du gewiss, wanke weder zur rechten noch zur linken, wende deinen Fuß vom Bösen. Sind wir das fähig, dass wir das tun, dass wir hier eine lass deine Augen strax vor sich sehen und deine Augenlider richtig vor dich hin blicken, wisst ihr, welches Auge gemeint ist? Doch nicht unsere beiden Augen, oder? Obwohl wir mit ihnen blicken, obwohl sie ja nicht nur die Sache haben, dass sie Dinge aufnehmen, sie müssen ja auch irgendwo hingucken, damit sie Dinge aufnehmen. Wenn wir die Augen unseres Herzens auf Gott richten, dann werden sie richtig sein und richtig gehen. Wenn aber unsere Herzen wir nicht auf Gott richten und unsere Augenlider in die andere Richtung gehen, dann wird es nicht gut sein. Lass deinen Fuß gleich vor sich gehen, so gehst du gewiss. So dieselbe Aufforderung, lass deinen Fuß gleich vor sich gehen, das heißt, sei sicher, orientiere dich an etwas, was fest ist, dann wirst du es in deinem Leben schaffen. Wanke weder zu rechten noch zu linken, wende deinen Fuß vom Bösen. Ganz klar, es gibt nur diese zwei Wege, entweder dein Fuß geht strax vor sich hin, wo Gott in den Weg gezeigt hat zu gehen, oder dein Fuß wendet sich und geht auf den Weg des Bösen. Kapitel 5 Mein Kind, merke auf meine Weisheit, neige dein Ohr zu meiner Lehre. Oh, wie häufig wiederholt der Salomo diese Redewendung. Wie häufig. Dass du bewahrest guten Rat und dein Mundwissen Unterschied zu halten. Und hier kommt wiederum ein Wort, der sagt, dass dein Mund weiß, was er spricht. Dein Mund muss fähig sein, zu wissen, was er sagt und was er nicht sagt. Ihr seht, das geht alles, dreht sich immer um das zentrale Thema des Herzens und das, was daraus aufkommt. Der Mund muss einen Unterschied machen. Was aus unserem Mund herauskommt, beweist, was in unserem Herzen ist, dass du bewahrest guten Rat und dein Mund wisse Unterschied halten, denn die Lippen der Hure sind süß wie Honig sein, und ihre Kehle ist glätter den Öl, aber danach bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidig Schwert. Ihre Füße laufen zum Tod hinunter, ihre Gänge erlangen die Hölle, sie geht nicht strax auf den Weg des Lebens, unsteht sind ihre Tritte, dass sie nicht weiß, wo sie geht, sie gehorchet, so gehorchen wir nun, so gehorchen mir nun meine Kinder und weichet nicht von der Rede meines Mundes, lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses, dass du nicht den Fremden gebest, deine Ehre und deine Jahre den Grausamen, dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und deine Arbeit nicht sei in eines anderen Haus und müsstest hernach seufzen, wenn du deinem Leib und gut ach wie habe ich die Zucht gehasset mit Zucht steht hier denke ich ganz klar die Lehre die Zurechtweisung ich würde auch sagen die Selbstbeherrschung habe ich nicht gewollt ich habe sie gehasst ich habe gehasst mich zurückzuhalten würde ich hier übersetzen und mein Herz die Strafe verschmäht das heißt ich habe mich nicht gekümmert ich habe keine Gottes Furcht gehabt ich habe gedacht das Ganze wird sich so gut hinwenden und ich gehe jetzt und tue das Böse und habe nicht gehorcht der Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht geneigt zu denen die mich lehrten ich bin schier in alles Unglück kommen vor allen Leuten und allem Volk vielleicht lese ich noch den ersten Abschnitt und dann reden wir ein bisschen drüber trink Wasser aus deiner Grube und Flüsse aus deinem Brunnen lass deinen Brunnen heraus fließen und die Wasserbäche auf die Gassen habe du aber sie allein und kein Fremder mit dir dein Borden sei gesegnet und freue dich des Weibes deiner Jugend sie ist lieblich wie eine Hinde und holzselig wie ein Reh lass dich ihre Liebe alle Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege in ihrer Liebe mein Kind warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herzest eine andere denn jedermanns Wege sind offen vor dem Herrn und er misset alle ihre Gänge kommen wieder auf den Herrn zu sprechen die Missetat des Gottlosen wird ihn fangen und er wird mit dem Strick seiner Sünde gehalten werden er wird sterben darum dass er sich nicht will ziehen lassen und um seiner großen Torheit willen wird ihm nicht wohl gehen so da haben wir ein Kapitel das ein Thema anspricht das heute sicherlich gang und gäbe ist wahrscheinlich auch zu seiner Zeit auch der Salomo ist in diese Falle hineingefallen dass er zu der fremden Frau gegangen ist lasst uns ein wenig anschauen die die Schritte die hier beschrieben werden er sagt hier so deine lippen denn die lippen der Hure sind süß wie Honig sein und ihre kehle ist glättere den öl wir finden es häufig wenn wir durch den brief durch den ja des salomo gehen durch seine schriften dann werden wir sehen dass er die Versuchung nicht als etwas negatives beschreibt im Sinne dass sie nicht anziehen sei ganz im Gegenteil er macht es ganz klar und sagt dass die lippen der fremden sind wie honig sein das heißt es ist ganz süß ist etwas anziehendes und ihr hals oder ihre kehle ist wie öl das heißt es ist etwas es sieht so aus als ob etwas feines wäre etwas wohltuendes wenn man das tut so die Anfechtung oder ich sage nicht die Anfechtung die Versuchung zu Sünde ist so gemacht dass sie attraktiv ist dass sie uns an der Stelle versucht wo wir wirklich angreifbar sind und als Mann ist mal ist man sicherlich in seiner Sexualität sehr angreifbar gerade gestern hatte ich eine Patientin sie ist Ende 50er wenn ich mich richtig erinnere und ihr Mann ist schon über 60 und sie erzählte mir die Geschichte dass seit einem halben Jahr ihr Mann sich mit einer jungen Frau zusammen getan hat die noch jünger ist wie seine eigenen Kinder und dass er sie anscheinend jetzt nicht liegen lassen kann weil sie seiner Hilfe bedarf und versucht seine Frau zu überzeugen das ich sag jetzt mal spitz ausgedrückt dass er aus Mitleid mit dem armen Ding sich aufopfert und deshalb dem ganzen nicht ein Ende setzen kann einfach so was für ein Betrug was für ein Selbstbetrug aber wenn die Ehefrau dieses Mannes umsetzen würde das was richtig wäre dann würde es ihm so ergehen wie die Beschreibung hier dass dein Gut wird von Fremden genommen werden und deine Ehre bleibt weg als Männer sind wir sehr unter der Not unserer Sexualität wenn wir nicht die Kraft Gottes haben sie im Griff und im Zaum zu halten nicht nur körperlich sondern in unseren eigenen Herzen dass man sich behütet dass man die Gedanken gefangen nimmt unter die Herrschaft Christi dass man ihnen nicht erlaubt zu gehen den Weg den sie einen leiten möchten der ja so süß aussieht und so verlockend Salomo erwähnt es mehrmals in seinen Schriften hier in den Sprüchen wie verlockend das ist für den Mann und wenn man so liest könnte man wenn man nicht weiß dass er sich an Männer richtet sagen die Frau ist die Schuld weil er stellt sich ja so dar wie wenn wenn das böse Weib nicht locken würde dann wäre es für den Mann ja kein Problem nein die Sache ist ganz deutlich an den Mann gerichtet ja die Frau ist attraktiv und sie muss attraktiv sein und sicherlich mag es Frauen geben die in ihrer Not gehen und den Männern nachjagen und sie verführen möchten aber wenn wir dann auf diese Verführungskunst kommen dann werden wir sehen dass der Salomon nicht nur die körperliche Ehebruch sieht sondern vor allen Dingen den geistigen er sieht auch das Locken der Torheit in der nicht züchtigen Frau und damit will er ja nur ein Bild geben der Verlockung die da ist für den Mann die Verlockung liegt im Mann nicht in der Frau und deshalb können wir das ganz deutlich sagen dass eine Frau hübsch ist und schön und ihre Reize hat das muss so sein aber der Mann muss der Verlockung des wie es hier steht des sich ergötzen an der fremden Frau zur Seite tun das wäre wichtig dass er das versteht der Paulus schreibt ihn im Korinther Brief an die Männer und sagt an jedem Mann habe seine Frau um der Hurerei willen 1. Korinther 7 bin weil der Mann hat seinen Trieb und so ist ja nichts Schlimmes aber er sollte in Ordnung sein es steht hier habe deinen eigenen Born an dem du dich labst warum genügt es dir nicht warum reicht es dir nicht aus an dich zu ergötzen an der Liebe deiner Frau und warum brauchst du das ergötzen der Fremden natürlich könnte man sagen meine ist nicht mehr so jung wie die andere und für die Männer ist es ja man könnte sagen sie denken je jünger die Frau ist umso besser für sie und so denkt man das sind so so Attraktionen man kommt da wieder in seine Jugendzeit zurück oder wo auch immer seine die Zeit wo man ja war noch frisch in den 20er 30er Jahren wenn man jetzt über 60 ist und dann denkt man man will das noch einmal erleben weil der Geist ja nicht altert er müsste an sich Weisheit zunehmen aber wenn von Kind auf nicht etwas hineingesät wurde in ihn dann fällt er auch wenn er alt ist und dann ist der Fall nur noch schlimmer wie dann wenn er noch unbedarft als Jugendlicher oder junger Erwachsener das tut das ist so wichtig dass wir verstehen die Versuchung liegt in uns und wir müssen fähig sein durch die Gnade Gottes durch das Gesetz durch die Furcht des Herrn wegen den Konsequenzen hier zeigt er auf und sagt schau der Weg mit der fremden Frau führt dich ins Verderben so du kannst es verhindern wenn du nicht auf ihrem Weg gehst das heißt zu wissen dass das dir das Verderben bringt und es doch zu tun weil du zu schwach bist zu widerstehen anscheinend ist pure Torheit das sagt er hier er sagt die Missetat des Gottlosen wird ihn fahren und gefangen und er wird mit dem Strick seiner Sünde gehalten werden er wird sterben darum dass er sich nicht will ziehen lassen und um seiner großen Torheit willen wird es ihm nicht wohl gehen was ist das wenn man sich von den Attraktionen der anderen Frau anziehen lässt es ist Torheit aber das muss man durch die Gnade Gottes lernen und die Furcht des Herrn zeigt uns wo der Weg endet das ist vermeidbar die Furcht des Herrn bringt uns in die Lage Dinge die wir kontrollieren können zu vermeiden es ist keine Angst vor einem plötzlichen Unglück oder von etwas was wir nicht kontrollieren können nein das ist die Furcht des Herrn nicht die Furcht des Herrn ist eine Angst vor der Konsequenz der falschen Tat die ich tue sie zeigt mir auch wenn das so attraktiv ist und so schmeckt wie Honig sein und wenn das vielleicht entspricht der Neigung meines Herzens so sollte ich meine Augen davon wegnehmen und meine Füße nicht dahin bringen ich sollte mich fern halten von ihrem Hause wie es hier steht halte dich lass deine Wege ferne von ihr sein und nein nicht zur Tür ihres Hauses das muss ich fähig sein die Furcht des Herrn die bringt mir das bei sie bringt mir bei wie töricht es wäre dieser kurzen neigung des der lust zuzulassen und dann vor einem scherben haufen des lebens zu stehen man bringt mit über 60 seine ganze familie zu schanden macht natürlich sich zu schanden aber man man bekommt die schande dann von seiner frau von was hat man denn dann davon du wirst sterben sagt er hier darum dass er sich nicht will ziehen lassen er will sich nicht erziehen lassen die Furcht des Herrn ist nicht das was er will er will seiner eigenen lust nachgehen und sicherlich hat eine Begründung dafür das arme Wesen und jeder braucht eine Hilfe wir haben immer eine Begründung für unsere falschen Taten kommt keiner und meine hätte keine aber wie begründest du es auch immer begründen würdest es ist dennoch falsch und ich finde hier sehr schön diesen Text denn jedermanns Wege sind offen vor dem Herrn das heißt vor dem Herrn bist du sichtbar erkennt die Regungen deines Herzens erkennt alles und die Frage ist wie stehst du da vor dem Herrn und er misset alle ihre Gänge er misst deinen Weg er sieht ob er richtig ist oder nicht mit einer Mess Schnur das ist sein Gesetz nachdem er dich misst er misset deine Wege ganz klar glaubt ja nicht dass Gott die Wege eines Menschen nicht misset dass er dass man vor ihm nicht alles offenbar ist ja du magst vielleicht nicht ertappt werden von deiner eigenen Frau du magst nicht ertappt werden von allen anderen aber sieht der Herr dich nicht und gehen wir noch einen Schritt tiefer was Jesus sagt wer eine andere anschaut und sie begehrt der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen welcher Mann ist da nicht in Gefahr er muss krank sein oder etwas muss anders sein er muss völlig geheilt sein dass er nicht in Gefahr ist eine attraktive Frau für sich zu begehren aber es muss in unserem Herzen eine Fähigkeit geben die Gnade Gottes die Gegenwart des Heiligen Geistes kann uns bewahren dass unsere Füße nicht nahe gehen ihrem Wege und sich ihres Hauses ferne bleiben dafür brauchen wir die Furcht des Herrn dafür brauchen wir die Furcht des Herrn wir müssen wissen wir müssen abwägen was hat das für Konsequenzen sicherlich bringt mich das dann in Verlust oder bringt mich das in den Gewinn wo führt mich das hin bin ich dann ein freies Wesen oder ein Gefangenes bin ich nun ein freies Wesen oder ein Gefangenes meine lieben Männer ich spreche ja die Männer an die Frau mag auch ihre Not haben aber der Mann hat sie hier stärker wie die Frau wollen wir die Worte der Weisheit annehmen und mag unser Mund einen Unterschied machen von dem was wir tun und wie wir tun wollen wir mit Furcht und Zittern zu Gott gehen und sagen Herr bewahre uns vor dem Weg bewahre uns dass wir unserem Herzen wir auch nur den Gedanken nachgeben in der kleinsten Neigung in Richtung der fremden Frau wollen wir uns an Gott festhalten und den Ruf der Weisheit vernehmen und uns festhalten dann wird es uns gute Tage bringen und wollen wir uns labern und trinken aus dem Born den wir haben zu Hause und nicht gehen wo wir nicht hin sollen es wird unser Leben zerstören und wenn es es nicht ist hier in der Offensichtlichkeit weil wir es vielleicht im Geheimen tun so wird es dennoch vor dem Herrn nicht Bestand haben er kennet und schaut und alle Wege sind vor ihm offen und er misst ab ob dein Weg passt er misst dein Leben ob es auf dem Pfad des Gerechten geht oder auf dem Weg des Gottlosen wir haben hier noch einige Ratschläge in Kapitel 6 und in paar Minuten möchte ich die durchgehen sie sind auch sehr wichtig in Kapitel 6 1 geht es darum mein Kind wird wirst du Bürger für deine Nächsten und hast deine Hand bei einem Fremden verhaftet so bist du verknüpft durch die Rede deines Mundes und gefangen mit den Reden deines Mundes man hat damals die Bürgschaft mit dem Munde getan man hat etwas versprochen sicherlich gibt es das heute auch aber es wird schriftlich gemacht weil das Wort ja nicht mehr so viel zählt heute so tue mein Kind also und errette dich denn du bist deinem Nächsten in die Hände kommen eile dränge und treibe deine Nächsten lass deine Augen nicht schlafen noch deine Augenlider schlummern errette dich wie ein Reh von der Hand und wie ein Vogel aus der Hand des Voglers als ich meine Praxis kaufen sollte sie brauchte ich für über 60.000 Euro eine Bürgschaft und ich schrieb oder rief meinen Bruder an und fragte ihn ob er mir diese Bürgschaft geben würde damit ich wenn ich gehe zu der zu der Übernahme der Praxis ich dem 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 die Praxis gibt eine Bürgschaft reichen kann weil erst in drei Monaten sollte ich sie übernehmen aber dass er dann sicher ist dass er sein Geld kriegt und so gibt es auch heute das System der Bürgschaft und mein Bruder rief mich zurück und sagte in der Bibel steht wir sollen nicht Bürger werden und er zeigte mir die Texte und das ist nicht der einzige Text in den Sprüchen er wiederholt das weil ihr wisst die Lehrer müssen Dinge immer wieder wiederholen wenn ich Dinge wiederhole dann ist es nur weil ich ein bisschen leere Blut in mir habe und ich weiß nur durch Wiederholung können wir Dinge begreifen so wiederholt sich das häufig mindestens drei oder vier Mal schreibt er Gegenbürgschaft in den Sprüchen und so habe ich damals das gelesen und da ich ja ich sag jetzt mal gläubig war frisch bekehrt damals habe ich gesagt naja was im Gotteswort steht das ist richtig aber ich habe zunächst so reagiert dass ich gesagt habe ich dachte ja das stimmt aber das gilt nicht für Brüder in der Familie kann man sich doch bürgern man hat doch Vertrauen zueinander oder nicht so ich denke Grundsatz ist Grundsatz und sollte hier beachtet werden Bürgschaften sind falsch wer für den anderen gerade stehen will und für ihn Verantwortung übernehmen macht einen grundsätzlichen Fehler er ist so grundsätzlich falsch wie es nur grundsätzlich falsch geht es geht gegen das Gesetz Gottes weil wir müssen verstehen der Mensch muss eine Verantwortung tragen für was er tut und wenn jetzt jemand etwas tut und will dass ihn jemand anderes bürgt dann verlässt er sich nicht und übernimmt nicht die Verantwortung ganz sondern überlässt die Verantwortung dem anderen der der die Bürgschaft will der will natürlich Sicherheit und er kann ja einem allein nicht trauen also braucht er irgendwo eine Substanz dahinter und ich hätte eine Bürgschaft bringen können von der Bank aber da habe ich nicht getraut zu gehen weil ich hatte noch nicht den Kredit fürs Haus und er sagt er will er noch mal 65 000 wo will er das wieder zurück bezahlen so zur Bank bin ich nicht gegangen mein Bruder hat mir abgesankt und ich habe das Wort Gottes und dann sage ich okay Bürgschaft mache ich nicht und als wir dann die Übernahme der Praxis haben an dem Tag bin ich dahin gegangen die Praxis zu übernehmen und wir haben vor dem Ausschuss dort wo es die Übergang gibt in der Ärztekammer habe ich die Praxis übernommen und ich habe dem Mann gesagt sie müssen mir vertrauen dass ich in drei Monaten ihnen das Geld gebe ich habe keine Bürgschaft ich habe nichts und da es ja in Gottes Plan war dass ich diese Praxis habe so habe ich die Praxis bekommen ohne Bürgschaft und der Mann hat sein Geld auch bekommen so Bürgschaft ist falsch weil sie den Grundsatz vertritt ein anderer muss gerade stehen für mich das geht nicht und das müssen wir uns merken weil die Menschen verlassen sich heute dass Christus für sie im Gericht gerade stehen wird für das was sie hätten selbst tun oder nicht tun können das ist ein Betrug der wäre gegen Gottes Grundsatz der Gerechtigkeit Christus vertritt uns er nimmt uns die Sünde der Vergangenheit weg damit wir die Möglichkeit haben sie nicht mehr zu tun aber er steht nicht gerade für das was wir durch seine Gnade hätten richtig tun können Christus ist nicht ein Bürger er übernimmt nicht die Verantwortung die ich zu tragen habe so wie viele und wie Satan uns verführt denken dass letztendlich er es tun wird und so glauben sie sie haben ein Ticket für den Himmel weil Christus ihr angeblicher Bürger geworden ist er übernimmt ihre Schuld also sind sie frei die Bibel würde sich widersprechen wenn das so Gottes Art der Gerechtigkeit ist ist sie nicht Gott tut etwas für uns er muss uns die Sünde weg nehmen von uns für die wir nichts mehr tun können aber das ist nur die halbe Geschichte wenn das uns nicht dazu führt dass wir nicht mehr sündigen dann kommt das Ding wieder auf uns zurück es wird uns verdammen und wir werden gerade stehen müssen im Gericht für das was wir sind es würde keinen Sinn machen wenn die Wege des Menschen gemessen würden und Christus würde jetzt der Bürger sein für uns er ist ein Stellvertreter er ist geworden dass ich durch seine Gnade zur Fähigkeit zurückkomme den Weg richtig zu gehen durch ihn die Fähigkeit habe richtig zu wandeln aber nicht dass er an meiner Stelle richtig wandelt ja er ist an meiner Stelle richtig gewandelt damit ich einen Vorweg habe damit ich eine Möglichkeit habe hätte das nicht getan wäre ich in Ewigkeit so geblieben das heißt der Mensch wäre unfähig gewesen erlöst zu werden da musste Gott was für ihn tun er musste eintreten aber um ihm wieder die Fähigkeit zu geben selbst zu stehen für das was er tut oder nicht tut der Grundsatz der Bürgschaft ist gegen das Grundgesetz Gottes jeder Mensch muss verantworten was er tut und keiner kann verantworten die Tat eines Anderen das ist obsolet das ist absolut nicht möglich aber wir sehen es nicht niemand kann niemand kann verantworten für die Tat des Anderen niemand kann das ist Grundgesetz Gottes jeder wird gerichtet jeder wird behandelt nach dem was er getan oder nicht getan hat und es kann kein Bürger geben der sagt naja ich übernehme die Bürgschaft es geht nicht der Erlösungsplan ist ein anderer Gott widerspricht sich nicht aber in unserem begrenzten Verstand und mit unserem blinden Auge können wir manchmal nicht eins und eins zusammen zählen so wie wir nicht die Liebe Gottes und die Furcht Gottes vereinbaren können dass sie eins sind und sich nicht gegenseitig ausschließen so können wir auch nicht verstehen wieso Christus der Stellvertreter ist und dennoch nicht die Verantwortung übernimmt für mein Handeln er hilft mir er übernimmt die Situation meine Vergangenheit die übernimmt er aber nicht um dann die Verantwortung dazu zu haben sondern um sie dann dem zu tun der mich dazu gebracht hat falls ich erlöst bin falls ich nicht erlöst werde kriege ich das Ganze wieder zurück so wir müssen die Dinge im Detail verstehen damit wir nicht verführt werden damit wir nicht glauben aha das ist so ganz einfach habe ich jemanden der meine Strafe übernimmt habe ich einen bürgen dann bin ich frei nein nein das würde die Basis des ganzen Menschen Schöpfung durchbrechen wäre gegen Gottes Wesen und gegen Gottes Charakter jeder Mensch steht für das was er selber tut oder nicht tut und ich denke das spricht auch unseren Geist doch an warum soll ich stehen für die Fehler meines Bruders das kann ich nicht das kann keiner also lasst uns das ernst nehmen lasst uns niemanden unterstützen der möchte dass wir Bürger sind und sind wir es geworden so steht hier mach alles was du kannst um aus der Bürgschaft raus zu kommen treibe deinen Bruder treibe die Situation nach vorne dass du aus der Sache raus kommst so schnell wie möglich sonst wirst du wird sie dich verderben in diesem Kapitel 6 haben wir noch ein paar andere Grundsätze der Grundsatz dass man fleißig sein muss der herr liebt den fleißigen er hat uns ja gemacht damit wir etwas tun damit wir etwas schaffen deshalb steht hier geh hin zu aneise du fauler sie auf ihre weise an und lerne ob sie wohl keinen fürsten noch hauptmann noch herren hat bereitet sie doch ihr brot im sommer und sammelt ihre speise in der ernte wie lange liegst du fauler wann willst du aufstehen von deinem schlaf schlafe noch ein wenig schlummer ein wenig schlage deine hände ineinander ein wenig dass du schlaf so wird dich die armut übereilen wie ein fußgänger und der mangel wie ein gewappneter man so wir alle wissen dass ein fauler im himmel nicht sein wird weil das ist nicht die art gottes zu sein gott ist ein arbeiter und jesus sagt ich wirke und mein vater wirkt auch und er wirkt beständig also werden auch wir wirken und arbeiten müssen ein heilloser mensch ein schädlicher mann geht mit verstellten munde und winkt mit augen deutet mit füßen zeigt mit fingern trachtet allezeit böses und verkehrtes in seinem herzen und richtet streit an darum wird ihn plötzlich sein verderben kommen und wird schnell zerbrochen werden dass keine hilfe da sein wird auch hier wieder das Ende das finale eines menschen der so handelt und jetzt sind es diese sechs stücke hasse der herr und am siebten hat er einen gräuel sind sechs stücke sieben stücke die der herr hasse hohe augen das ist hochmut man sehen wie die schlachter das übersetzt stolze augen hohe augen ja hochmut stolze augen hasse der herr eine falsche zunge hasse der herr ein hände die unschuldig blut vergießen hasse der herr ein herz das mit böser tücke umgeht oder böse pläne schmiedet füße die behände sind schaden zu tun und ein falscher zeuge der flech rüden lügen redet und wer zwietracht sät unter die brüder das sind sieben dinge die der herr hasst und diese sieben dinge hasst der herr weil sie ihm entgegengesetzt sind sie er hat nichts gemein mit ihnen schaut gott ist ein gott der nicht lernen muss er ist vollkommen und alles was er nicht mag das ist er nicht das heißt das ist er nicht in seinem wesen so wenn Gott sagt das hasse ich dann spricht er davon dass er das gegenteil ist so muss Gott die die hohen augen die den stolz das falsche muss er hassen weil in ihm ist nichts stolzes nichts falsches er muss das die ungerechtigkeit hassen weil er der gerechte ist Gott muss für das böse ein verzehrend feuer sein sonst wäre das böse sein eigen deshalb wird uns hier in den sprüchen ein gottesbild dargestellt das in dem ganzen bibel wunderbar hervorkommt aber hier wenn wir ein bisschen tiefer schauen erkennen wir wie der salomon Gott kannte wie groß seine weisheit war weil er Gott kannte er er wusste woher er sich informiert so lasst uns das zusammenfassen und diese Ratschläge die wir heute gehört haben zu Herzen nehmen lasst es sie uns aufschreiben vielleicht zunächst auf ein Blatt Papier und dann dadurch auf die Tafeln unseres Herzens und wir sagen so wollen wir nicht mehr sein diese sieben Dinge wollen wir nicht in unserem innersten haben und auch nicht in unserem äußeren wir wollen aber auch nicht zur fremden Frau gehen oder zum fremden Mann wir wollen nicht auf dem Weg des lästermaus gehen auch das wollen wir wegtun wir wollen nicht Bürger werden weil das nicht dem Grundsatz des Gesetzes Gottes entspricht und wir wollen auch fleißig unsere Arbeit tun und uns nicht warten dass andere uns ernähren oder andere für uns etwas tun nein jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert jeder muss arbeiten und wer nicht arbeitet und nicht fleißig ist der wird auch nicht in Himmel kommen der seine Gaben die Gott ihm gibt die Zeit die Verhältnisse in der er lebt in ein Schweißtuch legt das heißt er legt sich aufs Haupt und sagt naja das ist Gottes Sache er wird am Ende gebe ich es ihm nein nein wer nichts tut mit dem was Gott ihm gegeben hat und sein Leben ist sein Talent seine Zeit die Gott ihm gegeben hat ist seine Gabe jeder hat eine Gabe bekommen um sie einzusetzen in dem Werk des Herrn um ein fleißiger Mitarbeiter zu sein weil wer fleißig ist der wird eines Tages auch großen Lohn haben ich möchte lieber fleißig sein als faul möchte lieber aktiv sein und maximal arbeiten als nichts tun der Herr möge uns das in unserem Herzen so klar machen dass wir feste Ziele haben dass wir wissen wem wir dienen und eines Tages als gute Knechte im Himmel aufgenommen werden die gesagt haben du warst unter geringem Treib und jetzt werde ich dich über viel setzen du hast kleinem mit kleinem bist du gut umgegangen so werde ich dir große Verantwortung geben weil wer im geringen Treu ist ist auch im Großen Treu so lasst uns möchte wiederum aufrufen zum Studium dieses dieser Sprüche sie sind das Evangelium sie haben ein klares Gottesbild sie sind praktisch für das was ein Mensch tun soll und nicht tun soll sie sind wenn man so will genauso eine Erklärung des Gesetzes Gottes wie die Berg Predigt Salomo verwendet mehrere Worte und wiederholt sich häufig Jesus setzt das zusammen in drei Kapitel und wiederholt sich nicht so häufig aber deshalb ist der Salomo von demselben Geist inspiriert und geführt wie auch unser Heiland von Gottes Geist der uns die Wahrheit bringt damit wir weise und klug werden und ein Leben führen das Gott messen kann und damit zufrieden ist Amen zufrieden